Von Darren Webster ist seit gut einem Jahr nicht mehr zu bremsen. Seit Anfang 2012 sage und schreibe zehn Pro-Tour-Turniere gewonnen. Er hat den World Grand Prix gewonnen. Er stand im WM-Finale der aktuellen Weltmeisterschaft. Das ist wirklich die hottest Player in town. Heißt ihn mit mir, willkommen hier im Glas-Pallaus, Mighty Mike Michael von Gerbe. Die Musik von Gerbe. Die Musik von Gerbe. Applaus